Hallo Leute, hier ist RegoCards und heute habe ich ein neues Video für euch und zwar 2023 Mosaic Football Hobby Megaboxen. Dabei handelt es sich natürlich eigentlich um die Fanatics Exclusive Megaboxen, die jetzt aus naheliehenden Gründen aber nicht mehr so genannt werden. Unterscheiden sich von den normalen Megaboxen, die ich hier auch schon besprochen habe, also beziehungsweise die Variante mit Reactive Yellows. Es gibt noch eine andere mit Directive Blues, die habe ich hier nicht besprochen auf meinem Kanal. Insofern, als dass wir hier zehn Camo Red Parallels haben. Ansonsten eigentlich genau dasselbe wie die anderen Megaboxen. 42 Karten und dann noch einen kurzen Blick hier nach hinten. Wir haben neben Camo Red Parallels haben wir Genesis, die ganzen K-Sits, Kaleidoskopik, Stained Glass, Micromosaic, Residecel. Allerdings kein Honeycomb. Viel Gips in den Megaboxen nicht. Und dann wollen wir einfach direkt loslegen, würde ich sagen. Und mal schauen. Wie gesagt, bei den Megaboxen, die ich schon besprochen hatte, mit Reactive Yellow hatte ich extrem viel Glück und habe da eine ziemlich krasse Patrick Mahomes Karte rausgezogen. Ansonsten waren die ganz okay. Es war echt schwierig, gerade auch Rookies als Reactive Yellows rauszuziehen. Dann wollen wir mal schauen, ob das hier vielleicht besser ist. Von den Kosten her, die fangen so bei 80, 85 Euro an. Ich habe sie aber auch jetzt schon gesehen für über 100 Euro. Und da würde ich sagen, für über 100 Euro wird es jetzt wahrscheinlich nicht lohnen. Für 80 bis 85 Euro. Wir werden es sehen. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und dann starten wir jetzt hier mit dem ersten Pack. Und hier haben wir Anthony Munas, Teddy Brüschi. Hier suche ich die Base-Karten, würde ich so durchgehen. Ich denke mal, das Design von Mosaic dieses Jahr werdet ihr auch alle schon kennen. Wir haben hier hinten. Wir haben hier hinten ein True Silver. Gerald Sachs. Okay. Und dann haben wir unseren ersten Red. Aber kein Rookie. Es ist Ed Reed. Okay. Und dann machen wir das mal so. Insert Luke Kikli. Na ja, 10 Camo Reds gibt es hier pro Megabox. Ich vermute mal, davon sind maximal die Hälfte Rookies. Wie wir werden sehen. Anthony Richardson. Arts-Debütkarte Barron Young. Und dann diesmal ein Rookie. Und zwar 49ers. Okay. Cameron Latu. Ja, und dahinter auch noch ein, aber das ist dann wieder kein Rookie. Reggie Wayne. Okay. Und dann Mike Elsdott Thunderling. Okay. Und dann Mike Elsdott Thunderling. Nächstes Pack. Evan Hill. Christian McCoy. Minka. Dann haben wir hier Roy Williams als Mosaic. Aaron Jones. Mosaic. Und wieder kein Rookie. Es ist Tee Higgins. Okay. Und Touchdown Masters. Kirk Cousins. Bisher ein Rookie. Als Camo Red. Und wir haben noch einen True Silver hier. Derrick Carr. Okay. Chris Johnson. Und. Da ist Clark. Die Checkliste von Mosaic ist wirklich sehr, sehr groß. Und auch viele ehemalige Spieler dabei. Wenn man hier auch sehen kann. Vorletztes Pack aus der ersten Megabox. Mit. Nochmal. Da ist Clark. Stevenson. Tarek. Tarek. DJ Johnson. Und dann. Okay. Tank Dell. Nicht so schlecht. CJ Stroud wäre es natürlich lieber gewesen. Aber Tank Dell. Auch nicht. Oh. Dahinter Patrick Mahomes. Nicht schlecht. Okay. Das Pack war doch mal ganz gut. Werde ich. Beides mal hier schnell. Sleeven. Ja. Natürlich. CJ Stroud. Als Camo Red. Wäre natürlich. Sehr gut. Aber Tank Dell. Nehmen wir auch. Und. Natürlich Patrick Mahomes. Auf jeden Fall. Jetzt Camo Red. Und. Sieht schon ziemlich cool aus. Muss ich sagen. Und dann haben wir ja noch ein Tarek Epic Performance. Und. Das letzte Pack aus der ersten Megabox. Chris Brown. Nochmal Patrick Mahomes. Jaden Reed. Und dann haben wir hier. Na. Jameer Gibbs. Debütkarte. Auch nicht so schlecht. Und Chris Carter. Das sehe ich auch mal schnell. Das heißt. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Aber hatten wir tatsächlich nur. Drei. Drei. Drei Rookies. Als Camo Red. Von zehn. Wäre natürlich schon ziemlich krass. Es werden auf jeden Fall sehr, sehr viele. Veterans dabei. Nichtsdestotrotz. Nächste Megabox. Die erste Megabox. Es ging jetzt. Also. Für den Preis, wie gesagt. 80 Euro aufwärts. Ist halt nicht wenig. Dafür bekommt man dann zum Beispiel auch zwei Mosaic Blaster Boxen. Aber vielleicht ist hier die zweite Megabox ja besser. Mal sehen. Paton Juju Gino. Marvin Mims. Tyler Lockett als Mosaic. Und dahinter Anthony Munas, den ich unglaublich oft aus Mosaic rausgezogen habe dieses Jahr. In allen möglichen Parallels. Gerald Davis. Austin Eckler. Jerome Battles. Sean Clifford. Und dann haben wir. Zach Charbonne. Nicht so schlecht. Antonio Gates. Und noch ein Bang-Insert. Kids Reporter Karte. Nächstes Pack. Maika. Gerald Goff. Dayan Henley. Peyton Manning. Hall of Fame. Und dahinter wieder ein Schiefs. Aber wieder kein Rookie. Sky Moore. Okay. Sky Moore hatte das jetzt auch nicht so. Wirklich die Saison. Von der ich dachte, dass er sie vielleicht haben könnte. Also ich dachte tatsächlich, dass Sky Moore in seinem zweiten Jahr deutlich mehr abliefert. Oh. Sam LaPorta. Das ist eine ganz gute Karte. Mike Alstott. Und dahinter wieder ein Veteran-Caddle Hill. Okay. Und dann bereits das vorletzte Pack aus der zweiten Megabox. mit Arquan. Janon Hurts. Junio. Josh Jacobs. Cooper Capp. Als True Silver. National Pride. Und. Wieder kein Rookie. Marquise Brown. Und noch ein Janon Hurts. Touchdown Masters. Und letztes Pack. Ja, jetzt noch so ein bisschen. Last Pack Magic wäre ganz cool. Jeremy Cramer. Phil Simps. Will Anderson. Bruce Sanders. Wir haben nochmal einen Rookie. Camo Red. John Edison. Ja, tatsächlich. John Edison. Okay. Nehme ich auch. Das liebe ich einfach mal schnell. Hat ja auch eine bisher zehn nicht gute Saison gehabt. John Edison. Drew Brees. Und Justin Herbert. Okay. Und das war's dann schon. So schnell kann es gehen. Gucken wir uns hier nochmal jetzt hier unsere Camo Reds an. Ed Reed. Reggie Wayne. Reggie Wayne. Reggie Wayne. Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. Tank Dell. Chris Carter. Jameer Gips. Jameer Gips. Let's debut car to Anthony Munoz. Zach Charbonnet. Zach Charbonnet. Zach Charbonnet. Jason und Drew Brees. Und Drew Brees. Das heißt, wir hatten jetzt tatsächlich insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf. Von 20 Camo Reds. Fünfmal nur Rookies. Davon dann viermal True Rookies. Und einmal NFL-Debüt. Puh. Ähm. Doch sehr, sehr überschaubar, würde ich mal sagen. Ähm. Schauen wir hier nochmal schnell durch. Aber hier war Thanos Sachs. Aaron Jones. Derek Carr. Ja, die Cooper Cup. National Pride. True Silver ist noch ganz nett. Aber ansonsten. Ähm. Bei den sonstigen. Okay, wir haben noch Sam LaPorta als Mosaic. Aber. Ja. Es ist tatsächlich. Doch, finde ich. Sehr, sehr überschaubar. Mosaic hat eine sehr, sehr große Checkliste dieses Jahr wieder. Dementsprechend schwierig ist es natürlich hier dann auch Rookies als Camo Red rauszuziehen. Gar keine Frage. Aber bei zwei beziehungsweise drei Rookies als Camo Red pro Megabox finde ich definitiv einfach zu wenig. Vor allem wenn der Rest dann halt auch, ja, sehr überschaubar war. Also für den Preis von 80, 85 Euro finde ich es eigentlich schon zu viel. Natürlich, man kann Glück haben, zitieren, CJ Stroud, Camo Red raus oder einer der Cases, die hier auch möglich sind, gar keine Frage. Dann sieht es wieder komplett anders aus. Aber abgesehen davon finde ich es für den Preis eigentlich ein bisschen zu wenig und für über 100 Euro definitiv. Dafür kann ich es auf gar keinen Fall empfehlen. Wie gesagt, für 80 bis 85 Euro tue ich mich da wieso auch schon sehr, sehr schwer. Würde ich mich tatsächlich im Zweifel wahrscheinlich eher zu Blasterboxen entscheiden oder vielleicht zu einem der anderen Megaboxen, also die in anschaulichen normalen Megaboxen mit den Reactive Blue oder den Reactive Yellow vielleicht. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare rein, was denkt ihr, Mosaic, Hobby, Megabox, ja oder nein? Würde mich eure Meinung auf jeden Fall sehr interessieren. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann Tschüss und bis zum nächsten Mal.